Guten Morgen München. Guten Morgen Sportstätten, Wohn- und Bürogebäude, Schulen, Kliniken, Forschungs- und Industriestandorte. In jedem Gebäude steckt komplexe Technik. Wir kennen sie wie kein anderer Betrieb in München. Mit über 230 Mitarbeitern und 160 festangestellten Monteuren sind wir eine der ersten Adressen für alle Aufgaben der Gebäudetechnik. Ob Neubau oder Modernisierung. Wir sorgen dafür, dass Klimatechnik zuverlässig funktioniert. Dass Kälte- und Lüftungstechnik energieeffizient arbeiten. Dass Abwasserkanäle fachgerecht saniert werden. Was auch ansteht, wir sind für sie da. Ob für Wartung oder Reparatur. Unsere Kunden wissen, dass sie sich auf uns verlassen können. Auch und gerade dann, wenn es besonders anspruchsvoll wird. Wir können Technik. Für jedes Gebäude. Auch wenn es um Komfort und Design geht. Zum Beispiel in der Sanitärtechnik. Wir sind für sie da. Wann immer sie uns brauchen. Wir machen ihr Gebäude fit für morgen und übermorgen. Verwenden.